Jetzt bin ich gespannt. Ach, er kommt lang. Kann er das nicht trocken waschen? Mit Sandpapier? Der macht die Radkälse dabei. Einmal nimmt sie Gas raus. Der hat sogar Klagla Scheinwerfer vorne drin in seinem Opel. Ich hoffe schön rein in den Radkästen sichten, Digga. Der macht auch ein Dreck aus. Das ist auch bei dir hier rein. Na, wir haben da 5o reingesteckt. So, und weiter gehts. Mach' ich. der gar nicht mit der kohle hatte doch gar nicht gemacht der sprüht nur ab muss doch die keule machen wenn er die kohle nur ein kohlen schümmel am wasser alles voll kalt wäre nöder nimm er immer ich kriege doch nix sauber was macht ihr denn hier hier wirst du mal nach dem link zu filmen voronni voronni denn weg rost die bube jetzt kommt sie hier ist ein wasser ab morgen kommt den rost die voronni weggießen hier der die 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 er schon längst gehen lokalten er wird zu besatz Das ist mein Kuhjahr.